Kriege ich das jetzt etwas subtiler hin? Übung macht ja bekanntlich den Meister. Ich bin schon wieder dran vorbeigelaufen. Entschuldigung. Da drin. Wie konnte ich mich denn wieder so schnell sehen? Ist halt schön dem Stein ausgewichen, aber das wollte ich gar nicht. Ist aber viele Jungs da. Da haut mich der Stubel aber schön böse kaputt. Du bist weg und du bist weg und du bist weg. Ja. Freut mich, dass wir uns einig werden konnten. Ne, ne. Da wollte er gerade abhauen oder was? Kannst man ja voll vergessen. Tötet mich nicht. Ja, ich denke schon. Okay, die Ziele wären doch weniger. Da waren es am Anfang an sechs Ziele. Bitte, Herr. Habt ihr Geld für mich? Ach, das ist wieder der. Halt, ich muss hier da an die Seite. Ne, da kann ich gar nicht lang. Entschuldigung. Ich muss aber irgendwie da drüben hin. Ach ne, wenn ich das jetzt wieder mache, dann sehen mich wieder alle. Zu spät. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Hier in den Seitengassen oder was? Wie hat er mich denn jetzt wieder gesehen? Weil ich einfach auf den Zug gelaufen bin oder was? Oder weil ich die Klingel gezeigt habe? Der Herr steht auf deiner Seite. Der, den du hier gerade zu leugnen versuchst. Oder welchen meinst du hier? Sag mal. So, nicht sehr subtil. Muss ich leider sagen, nicht sehr subtil. Aber ja, würde ich hier wahrscheinlich auf den 3K, die wir gefunden haben, alle Gebiete miteinander ausgrenzen. Würde ich wahrscheinlich genau einen Schnittpunkt finden, wo er auf jeden Fall zu finden sein wird. Aber ja, ich habe auch gerade so ein bisschen Spaß daran, alles niederzumetzeln. Was nicht heißt, dass ich hier absichtlich eigentlich in das Ziel rein darf. Ich wollte hier eigentlich, eigentlich alle jetzt hier unauffällig erstechen und dann einfach abhauen. Aber das hat ja bis jetzt gar nicht funktioniert. Warte mal, warum ist der jetzt auf der Karte verschwunden? Wahrscheinlich war es sogar der echte und jetzt durch den Alarm ist er abgehauen. Ja, genau. Machen wir mal einen Abflug hier. Ja, so wie die hier niedergemesselt wäre. Ach, da kommen nochmal nur zwei, ist aber schön. Sag mal, wir wirft da einer irgendwas? Da fliegt ja bloß ein Grasheim oder sowas durch die Gegend. Sag mal, es hört doch gar nicht mehr auf. Komm, wir werden alle her. Und er ist verschwunden, oder was? Den kriegen wir wahrscheinlich auch nimmer. Na gut, versuchen wir es ein letztes Mal unauffällig. Vielleicht klappt es ja dann bei ihm selbst. Wobei der eine sind, komm, der hat wahrscheinlich schon gepetzt, dass wir im Anmarsch sind. Hier darf keiner durch. Sei bloß still. So, wie kriege ich dich jetzt? Ich würde gerne so ein bisschen was mit der Umgebung. Stimmt's, aber sowas vermisse ich hier vielleicht noch so ein bisschen. So dieses mit der Umgebung. Wer sieht mich denn jetzt schon wieder? Mit der Umgebung interagieren. Sprich, dass man von hier oben mal einen Stein oder irgendwas runterfallen lassen könnte. Mal sowas fast schon stilvolleres quasi. Und da haben wir ihn. Warum habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun. Woran sie glauben, wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt. Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren? Die Salah al-Din und die Seine mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Und wir müssen los. Das hat jetzt sehr schön funktioniert. Wir haben ihn wirklich in einem unentdeckten Moment, während er gesprochen hat, einfach schnell niedergedeucht. Wunderbar. Muss ich mich aus und Weise selber loben. Haben wir sehr schön gemacht. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier halbwegs durchkomme, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Immer dieser dämliche Stadt-Alarm. Okay, da fasst man immer ein Problem damit, dass wir ihre Leute niedermetzeln. Uhlala, das war knapp. Das war wahrscheinlich zu weit. Ne, es ging doch wunderbar. Was? Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Also man hat gesehen wahrscheinlich, wie er an den Oberschenkeln zappelt und da nicht irgendwie weitergeht. Das ist natürlich immer sehr, sehr hilfreich. Daneben. Alles daneben. Lass doch hier. Ja, genau. Dankeschön. Daneben. Und einmal ganz schnell nach hier drüben. Büro geschlossen, das weiß ich. Ich möchte hier bloß in Deckung gehen. Halt. Ach, Mist, den Moment, wo ich in Deckung gehen wollte. Na, kommt her, Jungs. Also ich gehe mal davon aus, dass die da vorne alle zeitliche Segen sind. Das soll jetzt eigentlich nicht so... Jetzt aber? Puh. Und das direkt neben dem Büro. Oder fast neben dem Büro. Ho, ho, ho. Aber muss man sagen, da nutzen wir natürlich auch schon die Kai ein bisschen aus, ne? Also dass die da wie die Lemminge hochgerannt kommen, hilft uns natürlich. Aber wäre die Kai ein bisschen schlauer, hätte ich da... Ja, durchaus schlechtere Karten. Sehr ehrlich muss man da natürlich sein. Ab ins Büro bin ich... Bin ich in die verkehrte Richtung gesprungen? Ich glaube schon. Da will ich hin. Ab dahin... Und ab hier ins Büro. Und ab hier... Und ab hier... Und ab hier... Sicher, dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf das die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Juba'ir, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt Hualmualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Attentat beendet, Abschnitt 5. Zurück zu Altair, genau, aber vorher. Mein heutiges Werk belastet mich sehr. Juba'ir, oder Juba'ir, ne, Juba'ir glaube ich, wie auch immer, ich habe schon wieder nicht zugehört, peinlich, also bei der Namensaussprache, hat geschworen, er wollte nur sein Volk davor bewahren, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Ein nobles Ziel, aber seine Methoden waren inakzeptabel. Er durfte nicht fortfahren. Den Menschen all dieses Wissen zu rauben, er hat das Volk nicht gerettet, nur geblendet. Aber war der Tod des Mannes die einzige Lösung? Ich sollte Altair Mualim bald die Nachricht von Juba'irs Tod überbringen. Was wir wahrscheinlich jetzt gleich angeboten bekommen. Ach nee, warte mal. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für Sie. Ja, wundert mich überhaupt nicht. So, so, so. Dann erledigen wir ihn. Bis morgen früh haben wir noch Zeit. Ah ja. Ah ja. Und jetzt? Hallo? Was ist mit mir? Darf ich jetzt weitermachen? Was ist jetzt? Hallo? Das Artefakt von Masjav. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was ich... was mein Arne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond. Sie haben ja keine Ahnung. Gibt es ein Problem, Miss Dürmer? Nein, Warren. Alles Denver hier bei mir. Wo sind dann die Dateien? Ich muss diese Dateien verschieben, bevor ihr Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder. Moment, was heißt das? Alles ist Denver. Es heißt alles in Ordnung. Warum Denver? Es hat mit dem Flughafen von Denver zu tun und der unterirdischen Anlage dort. Dort ist der Unfall passiert. Ah, ja. Interessant. Ich darf jetzt mich hier nicht wieder drauflegen. Okay, Gedächtnisabschnitt 6 kommt gleich. Ja, wir erledigen ihn. Oh, wie gesagt, ich poker drauf, dass ich dem Jungen einfach die Backen vollhauen kann. Das wäre mir eine reine Genugtuung. Ich kann hier wahrscheinlich nichts weiter tun. Hat sich hier irgendwas verändert? Nö. Hat sich hier irgendwas verändert? Nö, ich glaube, ich will doch gar nicht... Oh, Kamera. Dankeschön. Äh, ja. Legen wir uns schlafen. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein. Unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja. Und Sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an sieben Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahren noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Müsste ich jetzt eigentlich schon tot sein, weil er morgen früh diesen Bericht haben wollte? Los, komm her. Ich will dich boxen, Junge. Was ist denn? Ich möchte übrigens die Aussage von ihm kommentieren. Ich bin kein Idiot. Das ist richtig. Du bist der absolute Vollidiot. Der geht mir so auf die Nerven. Der ist der Anführer der Vollidioten. Was? Was? Was willst du tun, wenn ich dich abdränge? Sag es mir. Wo willst du hin? Ja, genau. Jetzt bin ich auf einer unsichtbaren Wand, oder was? Eins gegen eins. Jetzt sofort. Oh, ich kratze mein Kinn, weil ich so wissenschaftlerisch unterwegs bin, oder was? Schleich dich. Boah, der hat schon so eine Zielscheibenstirn, wo ich einfach nur gerne drauf boxen würde. Okay. Keine Gewaltverherrlichung an dieser Stelle. Machen wir weiter im Text. Gut, mit dir sprechen wir dann auch nicht, soll mir recht sein. Ich glaube aber dir auch nicht so ganz, dass dir uns einfach so hilft. Da passt irgendwas nicht. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Aber gut, anscheinend sind wir nach dem Teil dann sowieso tot. Also nach Teil 6, von daher. Beziehungsweise nach dem Epilog wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe. Einmal hier Teil 6. Oh, siehst du, da kommt sogar dann noch. Na gut, klar, das ist ja dann der Abschnitt, bevor es dann höchstwahrscheinlich in den Epilog oder so geht. Weil hier haben wir jetzt dann nochmal einen Hauptstorystrang, nicht nur neben dem Storystrang. Schauen wir mal, was da passiert. Und da geht es hier dann weiter. Okay. Na gut, dann setzen wir fort. Krugträger können leicht ihre Deckung verwandeln, wenn sie wegen ihnen ihre Krüge fallen lassen. Nein, mein Schüler, wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Alter hier. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumte, träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Alter hier. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen ihr und seine Gefolgsleute?